Hallo Leute und willkommen zurück zu CreepyTale. Wir wollen jetzt hier mal das Ding reinmachen. Okay. Oh nein! Wir müssen schnell zum Vögelchen gehen. Warum? Der schläft bestimmt nur. Wir haben es einfach nur betäubt oder so. Kann ich es haben? Naja. Aber ich kann jetzt einen Pilz nehmen. Okay. Hier ist nichts. Hm. Naja, ich kann nichts mit dem Vögelchen machen. Schade. Okay, und auf dem Klotz da stand ja drauf, dass jetzt der Pilz als jetzt noch rein muss. Ah! Hi! Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann nur die Treppe gerade verwenden oder ist das vielleicht hier irgendwie fest? Ah, ich hab festgegangen. Gut. Ich kann hier nichts nehmen. Okay, dann gehen wir nach oben. Oder wartet mal, hat sich hier irgendwas am Klotz verändert? Wahrscheinlich nicht, das macht keinen Sinn. Nee, Inventar brauche ich nicht. Warum ist der so nett? Okay, dann kann ich nicht. Ah, wir können hier auf den Baum und... Oh, okay. Ich geh trotzdem immer mal den Ast ab. Ich geh mir mal den Ast ab. Ähm... Um zu... Psst. Um zu checken. Oh man, hier irgendwo noch was holen kann. Ich denke mal, wir brauchen die dann. Deswegen machen wir's mal auf. Okay. Ähm... Okay. Rechts haben wir auch noch so ein Vögelchen. Das klingt jetzt wieder irgendwas mega laut schreien, oder? Also im Hintergrund, meine ich. Okay. Hi. Okay, dann nicht. Das sind echt viele Wege gerade. Oh, süß. Ähm... Mhm. Ich kann mich doch nur runter und wieder hoch, ne? Von... Kann ich dem da oben irgendwie? Nee. Ich kann es nicht verwenden. Ich kann nicht oben rein. Den... Den hab ich gedrückt. Und... Den hab ich auch gedrückt, damit das oben aufgeht. Ich kann ihn gar nicht noch mal drücken. Ich kann ihn gar nicht noch mal drücken. Es hat nicht nur noch drücken. Oh, okay. Damit ist das. Ja. Oh nein, wir töten schon wieder einen, oder? Was ist denn mit uns? Warum töten wir die süßen kleinen Vögelchen? Da unten ist was am Stein... Ah, okay, der Kollege. Ah, ganz kleinen Moment, mein Staubsauger schreibt mir gerade. Äh, der sagt, dass der Sensor gerade nicht richtig funktioniert. Ja, nach der Folge gucke ich den mal an. Ähm, da muss ich sowieso, glaube ich, bald die Wäsche machen. Okay, gucken wir uns mal hier um. An dem Kollegen kann ich nichts machen. Brauche nichts im Inventar. Kann den Vogel nicht nehmen. Kann ich wieder in den Brunnen schreien? Aber es wird nicht angezeigt. Ich habe einfach Wild E gedrückt. Okay. Wow, ist denn hier eine Sauna, oder was? Oder wie nennt man das? Therme? Kann ich über ihre Köpfe springen? Was ist los? Über den Brunnen? Ja, ich glaube nicht. Spiel vorbei. Zu Hause. Wow, das sieht noch ein Stück ekliger aus. Da hinten. Jede Frau im Winter, wenn man sich die Beine nicht rasieren muss. Kann ich trotzdem reinschreien? Okay. Was haben wir denn hier? Außer die Klippe der Abgrunde unserer Verderben. Hm. Boah, wisst ihr was cool wäre? Wenn wir im Spielverlauf, dadurch, dass das abgebrochen ist, jetzt irgendwas unten, wir kommen dann dorthin und wir können irgendeinen zusätzlichen Bonus-Gegenstand bekommen. Weil dieses abgebrochene Stück uns ermöglicht, irgendwo hochzuklettern oder so. Okay, Hallöchen. Nochmal. Okay, der beißt einfach nur und die Augen leuchten. Also kann ich dem irgendwas in die Gusche legen vielleicht? Mich selbst. Gute Idee. Wir kommen wieder. Oh, guck mal, wie süß der aussieht. Kann ich einfach in dein Gefährt reingehen? Erzähl mir mal was. Hallo da. Ich bin verloren. Zurück! Bleib aus der Mine! Mhm. Die Mine ist der Kunde hier. Schade, dass ich den Feuerstein nicht mehr habe. Sonst könnte ich dem hier die Mütze anzünden. Also nicht die Mütze, sondern, ihr wisst schon. Was ist da? Wir haben ja nicht die Spitzhacke, oder? Ich kann hier auf jeden Fall Kohle oder so nehmen. Kann ich die hier verwenden? Nee. Ich brauche wahrscheinlich ein Licht oder so dafür. Mit ihm reden kann ich nicht. Hm, kann ich auch nichts machen? Ja, ja. Pilze? Hab ich die? Ja. Mit dem reden geht auch nicht. Okay. Hier war was? Der Typ oben mit seinen... Ja, der hat schon ein bisschen gelitten. Kann ich dem einen Pilz kredenzen? Okay, Raw Mushroom muss ich ihm irgendwas geben, was lecker ist. Also muss ich dem Mushroom, dem den Pilz irgendwie braten oder so? Ich nehme mal noch einen mit. Kann ich noch einen mitnehmen? Oder immer nur einen? Immer nur einen anscheinend. So hier hinten? Nee. Was auch immer das dort hinten ist. Oh, warte. Kann ich hier reinsteigen? Kann ich den Pilz reinlegen? Die Kohle wieder? Nee, hier möchte ich es rein. Das war aus Versehen. Okay. Lass uns mal hochgehen. Das ist ein sehr langer Kletterweg. Ob das noch irgendwie Bedeutung haben wird? Okay, ich kann hier im Mund nichts ändern. Hier wird das bestimmt hochgezogen. Kann ich dir Kohle geben? Oder dem Pilz? Beides nicht. Hier darf ich nicht rein. Die Kohle. Kannst du dir schmettern? Okay, es sind glühende Kohlen. Die sollte ich wahrscheinlich nicht nehmen, aber kann ich vielleicht den Pilz jetzt braten? schmettern. Nice. Okay. Wir gehen jetzt mal den leckeren Pilz. Stimmt. Okay. Okay. Riecht den, aber der macht nix. Die riechen also nach dem Pilzi. Nee, der reagiert nicht auf uns. Die hier anscheinend auch alle nicht. Okay. Okay. Um die Karten. Und warte mal, ich muss den ja... Ah, damit das Thema auf den Kopf fällt, oder wie? Ah, wie heißt dieser Schrei? Willensschrei, glaube ich. Bludi du, wir gehen mal woanders hin. Das darf ich die nämlich haben, ne? Ach du Scheiße. RGB, hm? Ähm... Ich weiß ja eigentlich gar nicht richtig, was ich... Was ich will mit dem Ding. Ich hab's jetzt ausgemacht. Cam. Hä? Okay, warte mal, wir lassen... Wir sollten vielleicht doch mal die Anleitung für die Zwergenladerne anschauen. Okay, irgendwas da unten? Krissl-Missl. RGB. 3, 2, 1, 5, 4... Wie mein 6, 3, 2... 5, 3, 4, 8, 6... 5, 3, 4, 8, 6... 1, 2, 3, 4... Ja, ich schneide schon... Was es meint, aber... Woher weiß ich denn... Was ich machen muss, weißt du? Ew. Cam. Wir müssen also irgendwas reinlegen. Damit der hier irgendwas macht. Kann es denn, dass wir nur Rot, nur Grün und nur Blau machen sollen? Nee, das macht aber auch keinen Sinn, ne? Wir sind aber auch schon wieder bei 20 Minuten, liebe Leute. Gebt mir mal die Zeit, dass wir uns... Oder dass ich mir das... Kurz in einer Pause angucke. Währenddessen gehe ich auch mal schnell meinen Staubsauger checken. Weil der soll das Bad wischen und saugen. Das hat er jetzt dementsprechend nicht gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü